Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Alexander Rakic Team hat sich erstmals zu dem Kampf gegen Jiri Prohaska geäußert. Es sind sehr interessante Dinge zum Vorschein gekommen, wie zum Beispiel der Wrestling-Trainer von Alexander Rakic, der den Kampf mal ein bisschen Revue passieren lassen hat und dazu auch gesagt hat, dass Alex sich vor dem Kampf noch in Las Vegas infiziert hatte. Und zwar mit einer Infektion auf den Matten in der UFC-PI, im Performance-Institut, da wo ganz viele Leute halt trainieren. Der Kampf gegen Jiri lief gar nicht so, wie es sich das Team natürlich vorgestellt hat. Nach der zweiten Runde sah Alex ganz anders aus. Die Schläge haben bei Jiri keine Wirkung gezeigt. Er hat alles genommen wie ein absoluter Brecher und ist immer weiter nach vorne marschiert, sodass er die Schläge und die Power von Rakic gar nicht respektiert hat. Dann ist er weiter nach vorne gestürmt und hat immer wieder Schaden gemacht. Dann letztendlich auch die Schläge gefunden, die Winkel gefunden und ja, da hat der Rakic dann letztendlich keine Antworten mehr drauf, obwohl es halt in der ersten Runde sehr gut aussah, sehr taktisch. Aber Jiri ist halt ein Krieger, der marschiert nach vorne und lässt sich halt nicht so leicht unterkriegen. Das zeigt auch nochmal das Level von Alex Pereira im Stand, Freunde. Was der da für präzise Power bündeln kann und dann so genau treffen kann ans Kinn. Damit hat Jiri damals nicht gerechnet. Gegen Rakic sah es ganz anders aus. Das Team hat sich jetzt wie Volk geäußert. Baba Wrestling hat Screenshots gepostet von Chats mit Leuten, die Alex supporten. Und dort wurde dann gesagt, danke für das Teilen der Infos. Alex ist ein Krieger und wird noch stärker zurückkommen. Er sagte dann, Alex hat alle Werkzeuge, um Champion zu werden. Diese Losing Streak wird hoffentlich irgendwann enden. Und dann hat er den Vergleich mit Glove Tech Shader gemacht, der auch über 40 war und dann Champion wurde. Alex und Jiri sind im selben Alter und die werden nochmal aufeinandertreffen, sagt er hier. Dann sagt er auch noch, dass ganz klar und deutlich keine Ausreden gesucht werden. Er versucht einfach nur sozusagen die Dinge klarzustellen, die hinter den Kulissen laufen, von denen auch keiner weiß. Und die ganzen Fans natürlich auch. Und dass alle wissen sollten, was hinter den Kulissen passiert. Aber erstmal, bevor der Kampf stattfindet, muss das Ganze halt geheim gehalten werden. Und was genau ist passiert? Alex hat sich infiziert, wie wir in diesem Video sehen können. Denn das war vor dem Kampf, ein paar Tage vor dem Kampf, wenn nicht sogar einen Tag vorher. Sein ganzer Ellbogen war wohl komplett angeschwollen, wie wir hier in dieser Sequenz sehen können. Dieser hat Rakic wohl ordentlich belastet. In seinen Videos auf YouTube beispielsweise auch sagt er, ich fühle mich super, keine Verletzung und gar nichts. Aber als er dann halt in Las Vegas ankam, hat er sich dann wohl mit irgendetwas infiziert am Ellbogen. Er scheint dann wohl, wie gesagt, von den Matten zu kommen, sagt er der Coach auf jeden Fall. Finde ich interessant, sagt er, das hat den Unterschied gemacht in diesem Fight. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.